ARGHLITUS Was? Das kann nicht wahr sein. Wo ist dieser Verräter? Tja, diesbezüglich habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst. Irgendjemand muss den Boden vom Fahrstuhlschacht sauber machen. Ich denke, das wird nicht nötig sein. Argus, ich fasse es nicht. Sie wollten mich hintergehen? Hinter meinem Rücken den Organon nach Elysium schaffen? Tja, aber er hat die Rechnung ohne mich gemacht. Ich bin der Wirkung. Und ohne mich. Was ist hier los? Wer ist das? Ich bin der echte Kletus. Das dort ist nur ein billiger Abklatsch. Was genau genommen keinen Unterschied macht. Plus oder minus zwei Nullen, meine Rechnung geht auf. Dieses Hochboot steht jetzt unter meiner Kontrolle. Nicht solange ich das verhindern kann. Stopp! Dieses Hochboot fährt nicht länger nach Elysium. Was? 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 Ich werde das Projekt Utopia auf keinen Fall gefährden, indem ich eine Invasionsarmee direkt nach Elysium kutschiere. Ich leite die Sprengung Deponias ein. Sofort! Was? Elysium wird seine Reise etwas früher antreten müssen, als erwartet. Halt! Halt! Lullisches! Sieh narr! Das ist doch Wahnsinn! Mein Entschluss steht fest! Versucht nicht mich davon abzuhalten! Aber... Aber was? Was ist mit den Deponianern? Was soll aus ihnen werden, wenn ihr Planet erst einmal gesprengt ist? Genug Energie, um Elysium zum nächsten bewohnbaren Planeten zu katapultieren. Wie ich hoffe! Haben sie denn gar keine Skrupel? Oh doch! Die habe ich. Aber es muss sein. Und du wirst mich bestimmt nicht davon abbringen. Aber... Ja. Aber was ist mit dem Organon? Was soll mit ihm sein? Der Organon war von Anfang an zur Sprengung bestimmt. Ach, stimmt ja. Aber... Da war ja was. Aber was ist mit mir? Ich will nicht sterben! Ich weiß. Du bist der dritte Prototyp, nicht wahr? Tja! Die Tragik hinter der Alpha-Generation hat mich schon immer fasziniert. Darum habe ich damals auch Argus unter meine Fittiche genommen. Du denkst vielleicht, dass du nicht dazugehörst. Aber im Grunde genommen bist du genauso zum Tode vorherbestimmt wie der Rest des Organon. Und dass du nicht sterben willst, ist nichts weiter als ein Konstruktionsfehler. Aber... Tja, wenn ich diese Frage von allen... Aber was ist mit ihnen? Sie werden genauso draufgehen wie alle anderen! Das ist wahr. Aber dieses Opfer werde ich in Kauf nehmen. Bei all dem Leid, das ich verursacht habe, habe ich ohnehin nichts besseres verdient. Aha! Dann haben sie also doch ein Gewissen! Sie... müssen das hier nicht tun? Oh doch! Ich muss! Aber... Warum wollen sie sich für die Elysianer opfern? Wer oder was zwingt sie dazu? Die Ponia mag vielleicht nicht das Paradies sein, aber man kann dort leben! Viele Menschen tun das! Und nicht alle da unten sind so unzufrieden wie ich! Ich weiß das! Ich kenne das Leben auf der Oberfläche! Ich selbst habe dort lange Zeit verbracht! Wie eine Ratte zwischen den Abfällen! Das ist kein würdiges Leben! Nicht für... Für wen nicht? Für einen Haufen arroganter Schnösel? Hey, hey! Wenn sie es genau wissen wollen! Es geht mir um meine Tochter! Sie lebt auf Elysium! Sie soll es einmal besser haben als ich! Auf Utopia! Das hier tue ich für dich, Joel! What? Nein! Sie alter Narr! Was haben sie getan? Was wohl? In wenigen Minuten verlässt ein Funksignal dieses Hochboot! Damit werden die Sprengtürme rund um den Planeten aktiviert! Deponia wird zerstört! Und Elysium kann endlich seine Reise nach Utopia antreten! Ich habe meine Tochter gerettet! Das habe ich getan! Gehe ich mir jetzt nicht zu sichern! Ich fürchte, da muss ich dir widersprechen, Paps! Doll! Was? Und du bist... Wie? Ich bin Mitglied des nach Deponia gegangen! Ich wusste, dass du das niemals zulassen würdest! Darum haben wir dir nie etwas davon erzählt! Du warst das Mädchen, das wir gesucht haben! Diejenige, die aus Mitleid zu diesen Schrottplatzbewohnern unser Vorhaben sabotiert hat! Es ging die ganze Zeit um dich! Können wir die Familienzusammenführung nicht ein anderes Mal feiern! Deponia kann jeden Augenblick in die Luft fliegen! Und wir gleich mit! Inklusive ihrer Tochter! Genau! Worauf warten Sie, Ulysses? Brechen Sie die Sprengung ab! Das... Das ist... Unmöglich! Können wir es nicht irgendwie unterbrechen? Dazu müsste man schon die Senderantenne zerstören, bevor die Übertragung beendet ist! Die Senderantenne? Natürlich! Aber der Sender ist auf dem Dach! Es wäre quasi Selbstmord! Wer wäre schon so verrückt, das zu probieren? Ich mach's! Ich bin dabei! Ich auch! Na dann! Ach! Worauf wartet ihr? Ich komme auch mit! Du bleibst hier, Fräulein! Ich habe noch ein ernstes Wort mit dir zu reden! Hm... Die drei Alpha-Prototypen! Boah! Oha! Cool! Hm... Das... Sieht ein bisschen beeindruckend aus! Okay, wir haben den Sender... Wie da bloß ranzukommen wäre! Wer kam? Zum Glück bin ich schwindelfrei! Mal abgesehen davon, dass ich der elendiglichste Etikettenschwindler der Galaxis bin! Ja! Und eine Antenne! Ist es wirklich so schwer, die Dinger stabil hinzubekommen? Hoppla! Was mir das bei anderer Leute, Antennen, aber auch immer wieder passiert! Ich schussel ich! Na los! Wie gesagt, machen wir mal hier jetzt hier einen Drahtseiltakt... äh... Akt! Ist doch gerade uns da nicht mehr durch! Na los! Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit! Nee! Ich bin... Mir ist irgendwie unwohl bei dem Gedanken mit Kratos und Argus zusammenzuarbeiten! Weil ich nicht weiß, wer wer ist! Puh! Das war spaßig! Spaßig! Du hohle Nuss hättest uns beinahe umgebracht! Das habe ich schon so oft gehört! Aber noch nie du hast uns umgebracht! Und da liegt der Unterschied! Das reicht jetzt! Das Maß ist voll! Ab jetzt wirst du dich zurückhalten! Wir übernehmen den Rest! Also, wie gehen wir vor? Du könntest springen? Viel zu weit! Aber vielleicht könntest du den Rotor anhalten! Sei kein Rufus! Die Rotoren halten das Hochboot in Wagen! Selbst wenn wir ihn blockieren könnten! Das Hochboot würde kippen! Das wäre unser Ende! Hm... Das ist schlecht! Wir könnten doch... Wir könnten doch... Wie da bloß ranzukommen wäre! Eins, zwei, 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 zwei... Vielleicht kommt ja... Der hat der Rufus im Weg! Aber ich muss das einfach probieren! Macht mal Platz! Ich habe einen Plan! Stopp nicht! Nice! Aha! Getroffen! Und? Wer ist jetzt hier der Dorftrottel? Du natürlich! Wie sich das gehört! Hä? So... Na guck doch hin! Hm... Der liegt immer noch... Der ist in den Rotor gefallen! Und der blinkt fröhlich und wohlbehalten vor sich hin! Verdammt! Er ist immer noch aktiv! Wie sollen wir denn da jetzt rankommen? Das ist natürlich die Frage der Fragen! Hm... Das ist natürlich die Frage der Fragen! Den Sender holen! Den Sender zerstören! Und mit Go nach Elysium! Klingt doch ganz einfach! Das hätte eigentlich funktionieren müssen! Bisher habe ich doch noch alles kaputt gekriegt! Das ist wohl wahr! Oh... Da unten ist ein Catwalk! Ja, den habe ich auch schon wahrgenommen! Wie stehen wohl unsere Chancen zu springen? Keine Ahnung! Frag doch unseren Inspektor da drüben! Der kann sowas besser einschätzen! Da unten ist ein Catwalk! Ich sehe es! Wie stehen wohl unsere Chancen zu springen? Darunter? Du wärst ja wirklich von Minute zu Minute dämlicher! Beantworten Sie die Frage, Cletus! Bitte was? Na, Sie sind doch der Inspektor hier! Dann lassen Sie mal Ihre Einschätzung hören! Wie stehen die Chancen? Puh! Wenn man die Drehgeschwindigkeit und den Radius in Betracht zieht! Etwa 1 zu 3, dass wir es überleben, ohne vom Rotor zerfetzt zu werden! Hm... 1 zu 3 ist doch nicht schlecht, oder? Es kommt drauf an! Es entspricht in etwa deinem Gehirn-Zellen-Pro-Kopf-Verhältnis! Naja... Wir sind drei Leute und bei einer Chance von 1 zu 3 wird es einer schaffen! Zumindest! Tätig! Tätig! Und so! Und so! Jetzt eigentlich noch irgendwo... Jetzt bin grad mal so ein Feld... Vielleicht auch noch ein Schnabel-Tier? Wenn, dann sehe ich es! Er hat da jetzt... äh... Seid... Ähm... kann es einer schaffen. Das ist doch Irrsinn. Hast du einen besseren Vorschlag? Dann ist es entschieden. Wir alle springen auf drei. Eins, zwei, drei. Du Arsch. Rufus hat es gesagt. Argus ist der Riesener. Das Auto sieht sehr gesund aus. Aua. Was ist passiert? Du hast es geschafft. Bravo. Wo ist Cletus? Ich glaube, er hat es nicht geschafft. Ganz sicher bin ich mir nicht. Es ging alles sehr schnell. Naja, siehst du den Sender irgendwo? Ich bin dran. Okay. Cletus ist nicht mehr ein Loch. Schrauben, Loch, Schraube, Sender, Loch und der Rotzau. Das hätte genauso gut in die Hose gehen können. Stimmt. Kann ich auf die Argus nehmen? Nee, kann ich nicht. Auf den Schrauben. Ist auch gut. Kann ich sie nehmen? Moment. Nein, Moment. Wenn ich diese Schraube löste, was hielte dann die Brücke? Stimmt. Hier hinten ist fest. Schrauben. Dann hauen wir einfach mal die Schraube. Natürlich ohne Werkzeug, weil Rufus ist ja ein Meister. Na rein. Okay. Wenn wir jetzt hätten die Schraube lösen, sollte es eigentlich halten. Gut, Glück gehabt. Oh je. So lösen wir hier noch die Schrauben. Ich hoffe, ich denke mal ihr wisst, was ich jetzt vorhabe. Schrauben. Und jetzt werden wir die Schrauben hier hinten reinstecken, damit das Ding gar nicht am Arsch wegkutscht. Ich brauche noch eine Schraube übrig. Oh oh, die Übertragung hat bereits begonnen. Hoffentlich ist es eine lange Funksequenz. Wir hoffen was. Ich habe ihn. Hörst du, Argus? Ich habe ihn. Sehr gut. Und jetzt kaputt machen. Hä? Was? Ach so. Ja klar. Meine leichteste Übung. Kriegst du es zum Besten hin? Ich habe jetzt nur die Schraube. Ich will das Ding nicht reparieren. Ich will es kaputt machen. Ich will das Ding nicht reparieren. Soll ich das Loch einstecken? Erkennt noch jemand das Loch in diesem Plan? Ich könnte es vielleicht in den Rotor werfen. Nein! Was tust du? Ich zerstöre den Sender. Was sonst? Du willst doch nicht deine Hand in den Rotor halten, oder? Ich wusste ja, dass du ein Idiot bist. Aber das übertrifft an Dämlichkeit wirklich alles, was ich jemals gehört habe. Alle drei noch dran. Ich habe es geschafft. Der Sender ist kaputt. Der Podia ist gerettet. Ja, ganz große Klasse. Und nur, um es noch ein bisschen interessanter zu machen, hast du den verdammten Rotor blockiert. Dann hilf mir hoch, damit wir den Rotor wieder zum Laufen bringen können. Es wäre schön blöd, wenn das Hochboot gerade jetzt auseinander bräche. Wo Elysium ja schon fast in Wurfreichweite ist. Ja, das ist eine Idee. Eine andere wäre, dich da unten verfaulen zu lassen. Das kommt wohl ganz drauf an. Worauf kommt das an? Wie du dich entscheidest. Hilfst du mir bei meinem Putsch gegen den Ältestenrat? Wie bitte? Ah! Was ist denn jetzt los? Irgendwas blockiert den Steuerbord, Rotor. Ist das schlimm? Keine Ahnung. Gewiss du, Deponia, bereits. Wir werden abstürzen. Aber wir sind doch so gut wie da. Man kann bereits die unteren Schleusen erkennen. Schleusen, sagst du? Aber natürlich. Die Wartungsleitern. Vielleicht kann ich uns lange genug auf Position halten, um das Hochboot zu evakuieren. Los, trommle deine Freunde zusammen. Und was ist mit den Organons? Die natürlich auch. Jetzt, da die Sprengung abgesagt ist, wird Argus seinen Plan ja wohl hoffentlich noch einmal überdenken. Ich benachrichtige den Ältestenrat. Tu das. Aber was wird aus dir? Go. Wir haben jetzt keine Zeit für Diskussionen. Geh jetzt. Ich glaub das jetzt nicht. Du hast immer noch vor, mit dem Organon in Elysium einzurücken? Warum denn nicht? Wo sollen wir sonst hin? Das werde ich niemals zulassen. Sieh es doch ein, Rufus. Diese Soldaten da unten sind unsere Brüder. Sie haben dieselben Gene. Wir sind im Grunde identisch. Warum solltest du nach Elysium dürfen und nicht einer von ihnen? Oder zwei? Oder drei? Wo ist die Grenze? Wer entscheidet das? Du etwa? Nein. Aber... Na dann, was sagst du? Hm. Niemals! Tja. Schade, aber nichts zu ändern. Ich hatte mir schon gedacht, dass du uneinsichtig sein würdest. Ach. Mach's gut, Rufus! Ähm. Nein, nicht nur! Das ist ja jetzt ein bisschen blöd. Okay. Da seid ihr ja wieder. Oh, das schmerzt. Oh, wie scheußlich ist die Welt. Selbst schuld. Ach, ja, lach du nur. Aber jetzt sitzen wir schon wieder im selben Boot. Ich glaube, ich kann mich befreien. Oh, wie schuldig. Um Himmels Willen. Der Rotor klemmt nur, weil wir dazwischen stecken. Wenn sich einer bewegt, beginnt er sich wieder zu drehen. Dann sterben wir alle. Aber wenn wir den Rotor weiterhin blockieren, wird das Hochboot abstürzen. Wir sind so oder so tot. Ach, wie sind wir nur in diese bescheuerte Lage geraten? Was guckt ihr mich so an? Das habt diesmal ihr verbockt. Wie? Diesmal keinen intelligenten Plan parat? Lasst mich nachdenken. Nope. Die Lage ist aussichtslos. Wenigstens eine gute Nachricht. Rufus! Kletus! Goal! Was ist denn hier passiert? Ist doch egal. Du musst uns hier rausholen. Und am besten bevor das Hochboot abstürzt. Ja, dafür ist es wohl zu spät. Papps sagt, dass die ständigen Ausfälle des Rotors die Maschinen beschädigt haben. Er kann das Hochboot für den Augenblick noch in Position halten. Aber die Evakuierung hat begonnen. Es sind jetzt nur noch Minuten. Na tolle Wurst. Jetzt kommen alle nach Elysium außer mir, oder was? Ja, genau. Hol mich hier raus. Du kannst sowieso nur einen retten, ehe sich der Rotor zu drehen beginnt. Nein. Es muss doch eine Möglichkeit geben, euch alle da rauszuholen. Gibt es aber nicht. Komm schon. Triff deine Entscheidung. Wie soll ich mich denn entscheiden? Ich weiß ja nicht einmal, wer wer ist. Hm. Nein. Ich bin Rufus. Ich bin Rufus. Ist doch gelogen. Ich bin Rufus. Die lügen beide wie gedruckt. Ich bin Rufus. Na super. Und jetzt? Kann der echte Rufus das nicht irgendwie beweisen? Natürlich kann er. Ähm. Ich weiß nicht was, was diese beiden Simulanten da unmöglich wissen können. Ach ja? Was denn? Hm. Dass ich heute Morgen Frühstück gemacht habe. Ja. Das war ungewöhnlich. Bravo. Eine echte Insider-Information. Das hätte sich jeder ausdenken können. Hm. Aber nicht was es zum Frühstück gab. Easy. Boah. Ich glaube, ich kann mich nicht mehr festhalten. Ach, Argus. Ich verfehle. Verdammt. Jetzt stehen wir doch wieder am Anfang. Und ich weiß immer noch nicht, wer wer ist. Hm. Ich bin Rufus. Ach ja? Beweise es. Ich weiß nicht was, was diese beiden Simulanten da unmöglich wissen können. Ach ja? Was denn? Dass wir den Gesichtern in Bozos Familienalbum Platte gemalt haben. Ja. Das war lustig. Obwohl es erstaunlich wenig zu tun gab. Das ist ein Trick, Goal. Er weiß das nur, weil ich es ihm vorhin erzählt habe. Mach dich nicht lächerlich. Warum sollte der echte Rufus sowas weitererzählen? Ach, ich wollte halt angeben. Aber eine Sache, die die anderen garantiert nicht wissen, ist, dass du heute wieder deine grüne Unterwäsche trägst. Hä? Wann hast du denn meine Unterwäsche gesehen? Äh. Ich glaube, meine Finger rutschen ab. Ach. Rüe. 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 Ich weiß etwas, was diese beiden Simulanten da unmöglich wissen können. Ach ja? Was denn? Ist doch egal, was ich sage. Wir drehen uns hier im Kreis. Ja, aber wie soll ich mich denn sonst entscheiden? Ja, hast du denn keine Augen im Kopf? Ich sehe doch viel schöner aus, als diese beiden Pfeifen. Ich kann von hier aus gar nichts erkennen. In dem Kostüm seht ihr alle gleich aus. Ich brauche schon einen besseren Hinweis. Hm. Vertraue doch einfach deinem Herzen. Hm. Okay. Mein Herz sagt, ähm, der hier vorne vielleicht? Okay, vergiss das mit dem Herzen. Inzwischen gibt es weitaus exaktere Methoden. Entscheide dich bitte. Uns läuft die Zeit davon. Das Hochboot kann jeden Moment abstürzen. Wenn du mich unter Druck setzt, machst du es dadurch auch nicht besser. Was, wenn ich aus Versehen Argus erwische? Hey, ähm, ich meine, hey, ho, I am the Roof. Okay, das ist wohl die Worst-Case-Szenario. Ach, Rufus hin, Rufus her, ist doch egal. Lass uns einfach hier und verschwinde. Hauptsache du überlebst. Ha, jetzt hat er sich verraten. Genau. Der echte Rufus, also ich, würde so etwas nie sagen. Das stimmt. Das klingt wirklich nicht nach Rufus. Kann es sein, dass du dich so geändert hast? Der echte Rufus wird sich nie ändern, das weißt du. Dann ist das vielleicht wieder nur ein Trick, um gut dazustehen. Nein. Ach. Ich bin Cletus. Was? Das ist doch die Höhe. Ich bin Cletus. Blödsinn, ich bin Cletus. Wartet mal, heißt das von euch dreien ist nur Cletus-Manns genug, um sich zu erkennen zu geben? Von Argus hatte ich ja nichts anderes erwartet. Aber Rufus, nach allem, was wir durchgemacht haben, vertraust du mir nicht mal dafür genug? Du hast recht, Cletus. Es tut mir leid. Ich bin natürlich Rufus. Der lügt doch. Ist das wirklich der Last Resort? Es ist wahr. Ich bin nicht Rufus. Er da ist Rufus. Was? Ja klar. Er hat recht. Ich bin Rufus. Ist das ein Trick? Ein letztes Manöver? Du weißt, wenn ich ihm helfe, kannst du dich nicht mehr umentscheiden. Du wirst fallen und sterben. Naja. Naja, wenn ich es recht bedenke. Ich glaube, wir haben gar keine andere Wahl. Es ist wahr. Ich bin nicht Rufus. Er da ist Rufus. Was? Ja klar. Er hat recht. Ich bin Rufus. Ist das ein Trick? Ein letztes Manöver? Du weißt, wenn ich ihm helfe, kannst du dich nicht mehr umentscheiden. Du wirst fallen und sterben. Rufus, es war mir eine Ehre, mit dir gespielt zu haben. Ganz sicher. Hängt doch mal nach. Wie kann ich der echte Rufus sein? Der echte Rufus wird nie aufgeben. Sich nie ändern. Und niemals. Oh. Loslassen. Stopp! Komm schon, Goal. Wir müssen hier weg. Komm. Hallo, Rufus. Barry, Barry, was machst du hier? Du bist mein Vorbild. Schon vergessen? Und ich folge dir überall hin. Nein, im Ernst. Ich wollte dir nur sagen, wie sehr ich bewundere, was du hier tust. Erst war ich natürlich geschockt. Aber dann habe ich es verstanden. Brillant. Wirklich. Es war im Grunde die einzige Möglichkeit, die du hattest. Ein Geniestreich. Also auch philosophisch gesehen. Mit die komplett selbstlose Tat. Wow, Rufus. Der unverbesserliche Rufus hat sich schließlich doch noch ge... Oh yeah. Bist du bereit? Ich weiß nicht. Denkst du wirklich, dass dieses Ensemble hier angemessen ist? Aber Rufus. Jeder weiß, dass du ein Deponianer bist. Schon vergessen? Du musst dich nicht mehr verstellen. Nie wieder. Du kannst einfach du selbst sein. Für alle Zeiten Rufus. Das ist doch wirklich... ...volllässig. Volllässig. Ah, da sind ja unsere Helden. Die Retter Deponias. Tja, da habt ihr uns ganz schön was eingebrockt, was? Euer Bericht stellt uns vor ein schwieriges Dilemma. Jetzt, da wir wissen, dass Deponia bewohnt ist, ist unsere Reise nach Utopia natürlich vorerst abgesagt. Aber das Hochboot ist zerstört, das Kabel gekappt und mit den ganzen neuen Mitbürgern an Bord werden unsere Ressourcen noch schneller verbraucht als befürchtet. Was wird nun aus Elysium? Müssen wir auf Deponia landen? Sollte es das? Fragen über Fragen. Auf die ich leider auch keine Antwort habe, Eminenz. Aber dieser Deponianer hier ist ein richtiges Genie. Wer? Ich? Wenn ihr ungewöhnliche Ideen braucht. Sein Einfallsreichtum kennt keine Grenzen. Nur zu. Jeder Vorschlag ist willkommen. Das ist cool. Du schaffst das schon. Nun, äh... Man könnte doch Raketen an Elysium anbringen. Ja, es geht weiter. Oder solche Flugdrachen. Und wenn wir einen riesigen Zeppelin mit Monstertrackreifen ausstatten würden. Monstertrackreifen? Ja, dann könnten wir vielleicht ein paar Kadler trainieren. Oh, nein, 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 nein. Ich glaube, Gold weiß es. Können wir nochmal auf die Flugdrachen zurückkommen? Wie groß müssten die sein? Oh, riesig. Mit so großen Zähnen vor allem. Vor allem die Eckzähne. Ganz, ganz groß und lang. Und sie sollten Feuer schmeilen. Das Buch zugeschlagen. Es bleibt noch zu sagen. Irgendjemand noch fragen? Na, dann eben nicht. Doch wenn du dich allein fühlst und du an dir zweifelst, dann habe ich hier einen Vorschlag für dich. Greif zum Mundharmonika. Sing von Deponia. Von Hufus und Kohl. Und dem Leben im Dreck. Und vom Umstand, dass man wohl manchmal die Welt nur retten kann, wenn man loslässt. Und wenn es so ist, dann bin ich mal weg. Brust, er ist dann bald weg. Das Ende. Das Ende. Das Ende. Ja, die Idee. Jan, Michael, Michaelis. Poki. Carsten Fichtelmann. Tom, Carsten. Matthias Mangelsdorf. Nochmal Poki. Claudia Pitsche. Jan, haben wir schon. Sebastian Spitz. Christina Roche. Eduard Wolf. Simon Wien. Claudia Pitsche. Fania Baumann. Kraus. Lübenberg. Michaelis. Orlovski. Roche. Spitz. Wolf. Es wird mir einfach so schnell Freiberg. Flieger, oh mein Gott, Pusch. Ah, vielen lieben Dank, Deponia. Äh, Dedalik. Ihr habt mir nur so schöne Zeit bereitet. Rufus. So lässig wie er war. Go on. Der Deponiano. Der Elysiano. Ah. Ein Fest für diese Land. Eindeutig. Eindeutig. Wir haben es geschafft. Wir haben Deponia 3 durchgespielt. Goodbye, Deponia. Mit einem Ende, was... Naja. Also schön ist anders. Muss ich sagen. Schön ist wirklich anders. Schön ist anders. Ich danke euch vielmals, dass ihr mich begleitet habt. Nicht nur jetzt bei Goodbye, Deponia. Auch davor bei den ersten beiden Teilen. Wir haben die Trilogie durch. Wir haben es geschafft zusammen. Es ist vorbei. Ist es das? Er hat eben gerade schon so einen richtig dollen Gänsehaut-Moment gehabt. Also es ist, ähm... Ich wusste einerseits, was mich erwarten wird. Bin ich ehrlich? In Zeiten des Internets ist man einfach vor nichts mehr gefeit. Es tut mir echt leid. Aber es trotzdem nochmal selbst zu erleben, das ist einfach... Ich kann es nicht in Worte fassen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Euch genauso gefesselt wie mich. Ihr habt genauso viel gelacht wie ich. Ihr habt geweint. Das habe ich nicht getan. Auf jeden Fall war es eine Erfahrung und... Am liebsten würde ich es ja nochmal durchspielen. Von vorne, einfach nur um dieses Gefühl, Deponia nochmal zu erleben. Ihr könnt es auch tun. Auf jeden Fall. In der Beschreibung ist ein Link. Steam, kauft euch das Spiel. Unterstützt die Entwickler. Unterstützt den Link. Und werdet Teil des Hypes. Werdet Teil. Ihr könnt es euch nur wirklich ins Herz legen. Seit langer, langer Zeit wurde ich eine der besten Spielereien. Ohne Mist, die ich gespielt habe. Ja, definitiv. Und damit möchte ich mich verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Let's Play Spiel. Quatsche. Was auch immer. Und ja. Bis dahin. Tschüss.